hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute zeige ich euch wie ihr für für die sitzungen wo ihr gerade drin seid wie ihr da ständig die nachtsicht haben könnt ohne diese scheiß maske da aufzusetzen zeig ich mal die maske falls ihr sie nicht kennt die kann man sich einen ammunition kaufen das ist die hier die sieht doch grotten hässlich aus und jetzt zeige ich euch wie das geht wie ihr für immer nachtsicht habt also in der sitzung bloß ohne die maske halt so ihr braucht ein pool also die jacht von den pool und es muss nicht eure eigene jacht sein ihr könnt auch eine fremde jacht nehmen ich bin jetzt auf einer fremden weil ich mit diesem account hier kein keine jacht habe naja so was jetzt erstes macht ihr öffnet euer interaktionsmenü geht auf inventar accessoires und geht im pool seit dem pool drin geht er auf das nachtsicht gerät drückt 4x zum aktivieren dann macht er das interaktionsmenü einfach wieder zu und geht wieder raus aus dem pool und das wurde eigentlich der ganze glitsch ich habe so mal ein bisschen geguckt wenn man wenn man das outfit wechselt dann ist die nachtsicht weg aber sonst habt ihr die nachtsicht und ich finde es ist sehr praktisch weil die maske ist wirklich hässlich ja das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen lasst auf jeden fall ein like da und vergesst nicht abonnieren würde ich mal sagen haut rein Leute bis nächstes mal ciao